Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten Giveaway. Es geht heute um das Gutknife Freehand. Natürlich solltet ihr hier auch wieder das ganze Video schauen, damit ihr wisst, wie ihr überhaupt mitmachen könnt. Gesponsert bei Skinbaron. Dein Partner, wenn es darum geht, CSGO-Skins für echt Geld zu verkaufen, also für echte Euronen, die man sich auch einfach auf sein Konto oder auf sein PayPal-Konto auszahlen lassen kann. Natürlich kann man da auch Skins kaufen. Das Teil geht im Stream raus, das heißt, ihr müsst in die Streams kommen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Speziell heute, am heutigen Freitag, wahrscheinlich etwas früher, weil ich morgen sehr früh aufstehen muss. Aber sonst die Zeiten, die ich eben genannt habe. Es stehen alle Streamzeiten in jedem Video in der Beschreibung und das auch ganz oben, so dass ihr noch nicht mal die Beschreibung aufklappen müsst, ihr faulen Schweine. Wir haben von Skinbaron wieder ein Ultra-Sponsoring bekommen. Dieser Name hier ist eben von dem Spieler, der das Night verkauft hat. Also das hat nichts, das ist nicht so geplant. Wenn ihr bei Skinbaron auch was kaufen oder verkaufen wollt, wenn ihr euch da grundsätzlich anmelden wollt, dann könnt ihr das gerne über meinen Link machen, der ist in der Beschreibung. Da werde ich nämlich ein wenig am Gewinn beteiligt. Keine Sorge, für euch ist es nicht teurer. Für euch bleibt einfach alles gleich. Ihr unterstützt mich nur finanziell ein wenig, wenn ihr euch über meinen Link oder eben mit meinem Codewort anmeldet, das man vorhin gesehen hat. Ich denke, die meisten Ken Skinbaron schon, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Das hier ist die Seite, so sieht sie aus. Es ist recht einfach zu navigieren. Hier kann man sich die ganzen Messer anschauen. Hier gibt es schwere Waffen. Wenn man draufklickt, gibt es mal die Unterteilung. Bei den MPs und bei dem Rest eben genauso. Es gibt auch H1Z-Einskins, aber die tun jetzt hier nichts zur Sache. Hier mache ich ein CSGO. Wenn ihr irgendwas anklickt, also zum Beispiel die Messer, werden die Schnäppchen vorgestellt. Da seht ihr halt diese Schnäppel, die es gerade gibt. Eine Ultraviolet für 44 Euro. Das heißt, hier kann man sich auch mal einen Knife holen, wenn man gar nicht so viel Fett auf der Kette hat, ne? Für 41 Euro ein Crimson Web? Warum nicht? Ihr kauft dir von echten Spielern, die ihre Angebote reinstellen. Ihr könnt auch eigene Angebote erstellen, indem ihr einfach auf Verkaufen klickt. Da wird dann kurz euer Inventar gescannt und schon könnt ihr eure Sachen verkaufen. Das heißt, wenn du hier auf irgendwas klickst, dann hast du den üblichen Verkaufen-Bildschir mit dieser schönen Hilfe. So kannst du den besten Preis ermitteln für dein Item. Je nachdem, ob du schnell verkaufen willst oder möglichst viel Geld dafür haben willst, ne? Hier kannst du da einen guten Mittelweg finden. Ich habe mal eben spaßeshalber jetzt so einen Teil erstellt, und zwar für diese Nova Gila. Wenige Sekunden, nachdem ich auf OK gedrückt habe, hat mich der Bot angetradet von Skinbaron und wollte eben diesen Skin haben. Ich schicke ihn rüber, dann dauert es eine Minute und schon ist dieses Angebot hier drin. Es ist noch bis zum 12.05. beschränkt und kann dann verkauft werden. Auf Skinbaron selbst könnt ihr ganz leicht die Items finden, die ihr haben wollt, indem ihr hier drüben eben sortiert. Also, wenn ihr schon im richtigen Bereich seid und ihr sucht nach einem gewissen Preis. Nach einer Abnutzung, sogar nach Handelsbeschränkung kann man jetzt suchen. Und ja, den Zustand Extras wie StatTrak, Aufkleber und so weiter kannst du ein- und ausschalten. Und eben die Seltenheit. So kommst du wirklich direkt zu dem Skin, den du gerne hättest. Und hast eigentlich immer ein besseres Angebot als auf Steam. Das Knife, das wir bekommen haben, kostet hier 20 Euro weniger als auf Steam. Und 20 Euro sind schon echt ein Brocken. Muss man wirklich sagen. Vor allem Schlüssel kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr hier auf Zubehör geht und auf Schlüssel. Guckt euch mal die Preise an. Was kosten die bei Steam? 2,14 Euro oder sowas? Guck mal, 1,84. 1,55. Das sind schon wirklich ganz gute Preise, da kann man nichts sagen. Wenn ihr dann drauf geht, seht ihr hier die Staffelung. Es gibt 35 Schüssel für 1,44. Wenn die verkauft sind, es werden immer die günstigsten verkauft, gibt es 109 Schüssel für 1,45 und so weiter und so fort. Ich bin jetzt schon weit über ein Jahr mit Skinbaron gepatert und bin immer wieder fasziniert und erstaunt, wie gut das alles funktioniert. Man kauft ein, zack, hat sein Zeug. Man verkauft, zack, es geht raus. Falls man irgendein Problem hat, schreibt man den Support an, zack, Antwort ist da. Deutscher Support, sehr umgänglich. Wenn ihr irgendwas habt, einfach anschreiben und nachfragen. Das macht ihr übrigens, indem ihr hier auf euren Kopf drückt und dann eben auf Support anfragen. Und das Coole ist, wenn ihr hier drüben auf euer Konto geht, nachdem ihr auf euren Kopf geklickt habt, könnt ihr hier euer Guthaben auszahlen. Also das Geld, das ihr mit den Skins eben dann verdient habt, indem ihr sie verkauft, könnt ihr euch in Bitcoins, PayPal oder Banküberweisung auszahlen lassen. Einfach ein echtes Geld. Wenn ihr auf Steam was verkauft, ist das Geld auf Steam. Ihr könnt das nicht einfach runterziehen und euch damit ein Brot holen. Hier schon. Vielleicht sogar mehrere Brote. Das Einzahlen ist auch ziemlich einfach. Hier würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr per Banküberweisung einzahlt, denn da habt ihr 0% Gebühren. Die höchsten Gebühren habt ihr bei PaySafeCard. PaySafeCard sind leider immer mit fetten Gebühren belegt. Hier steht es 15%. Ist wirklich eine extrem coole Seite. Ich freue mich auch sehr, dass so viele von euch mich dort schon unterstützen. Also das haben sich schon sehr, sehr viele über meinen Link angemeldet und kaufen da auch kräftig ein, beziehungsweise verkaufen auch kräftig. Und ja, es freut mich. Freut mich. Wie ich vorhin erwähnt habe, müsst ihr in die Livestreams kommen, um hier sowas Dickes gewinnen zu können. Es gibt in allen Livestreams immer Giveaways. Für alles und jeden. Das heißt, wenn du jetzt gerade davon erfährst, kannst du heute Abend mit reinkommen und bei einem Giveaway teilnehmen. Dieses Knife und die meisten anderen großen, also Redskins, die meisten teuren Sachen, gehen immer nur an Subscriber raus. Das heißt, wenn du Subscriber bist auf Twitch, dann stehst du automatisch mit auf der Liste der möglichen Gewinner. Oftmals verbinde ich das Giveaway mit einem Subgoal. Das heißt, wenn wir x Subscriber erreicht haben, geht das Knife raus. Oder ich gebe es einfach an einem gewissen Tag raus. Und wer bis dahin Subscriber ist, ist einfach mit auf der möglichen Gewinnerliste. Vergesst aber nicht, dass alle anderen Sachen, die ganzen anderen Giveaways, an alle rausgehen. Auch heute Abend geben wir ja zwei Skins und ein Graffiti raus. An alle, da kann jeder mitmachen. Und komm, ich spoiler schon mal, das eine ist eine AK-47. Ich sag nicht, welches Kind. Aber ja, die geht heute Abend unter anderem auch raus. An jeden. Dafür muss man kein Sub sein. Und diese Non-Sub-Giveaways, die für die reinen Zuschauer, man braucht auch nicht mal Follower zu sein. Die gibt es immer. Aber die ganz großen Sachen gebe ich immer an die Subs raus, weil die eben auch 5 Dollar im Monat zahlen und mich damit unterstützen. Und da muss es dann schon was Großes sein, um einfach Danke zu sagen. Also wie gesagt, kommt ihr in den Livestream. Ich schaue, dass ich heute schon so um 21 Uhr anfange. Und falls ich das nicht schaffe, wird es halt dann doch einfach wie immer 22 Uhr, also wie immer am Freitag. Und dann streame ich so bis um 1. Und da muss ich halt offline gehen, weil ich morgens auch früh raus muss. Kommt dran, ihr Böck. Schreibt euch die Streamzeiten auf. Achso ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Ihr wisst ja Bescheid. Ciao, ciao.